Ich bitte nun um den Auftritt der Freiwilligen Feuerwehr Europas. Der DJ er in den dom, der er in den Hirt. Sovitter 14.00 tag er deres med seende eksempel. Mir derfor ligger 10.00 an, forstår du den her. Mennesker Karlsruhe. Oho, nej, er dig fornyede, der er en h fisher. Du er sætl, du er sætl. Hvor er du ikke for beisegge på det, her er der blite sætl? Jo, hvor er du ikke forværende, er der blite sætl? Den er du inde til, at han tager lige, han første græder. Men er der blivit svart og der er en del med sætl? Den er der blive blevet kraft, og det er der blive sætl? Bitte, ich sag ja nix, wenn er hat, dann soll ich ja aus. Zeine ist sowieso eine Sperrstunde. Oh, mein. So, Herr Neuer, hab ich mit dir? Ja, aber ich schlau. Ich hab da schon mal drüber gewornt. Na ja, dann Prost. 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 Was ist denn da hier? Erstmal sind das wie ein Harnzelt rein, was du rausschenkst. Nein, jetzt mit deinem Bier. Du hast noch ein Harnzelt? Na ja, da ist auch kein Schandlauch und klar, Späckchen wieder. Ah, vor 14 Tagen war es fertig, hab ich gesagt. Ja, da war es gut dein Bier. Aha, was würdest du damit sagen, dass du schenkst du dir was? Weil das Bier ist nämlich von gleichem Fasseln, ich bin das vor 14 Tagen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich sag, hast du gar keine Leit, nicht? Da sind vier Tage ein Fasseln Bier am Zapfen, hast du? Ja. Na ja. Was ist denn da? 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 Ja, meinst du jetzt wieder ein paar Rollseite? Hier ist ja kein Ostenbecher, nicht? Ja, da hast du ja wieder drei Autobus gehabt wahrscheinlich, ja? Ja. Ja, da ist ja kein Ostenbecher, bitte. Einen Ostenbecher, bitte! Auf den Driesen war ein Rachen. Aha. Dann hab ich jetzt schon, vielleicht denkt ihr einen großen Frieden. Ja, meinst du jetzt? Ich hab da einen Kugel aus, jetzt hat er einen Saferl dabei. Alleiner, weil wir gerade zusammenkommen. Möchte ich was fragen, wie geht's denn mein Wohnzimmer der Schule? Na ja. Wie soll ich sagen, es ist ein aufgewaltiges Bier schütteln und regnen und alles. Ja. Ja. Das muss auch. Ja. Rechtschreibung hat's noch eingehen, ja? Ja. Da war ich auch immer schwach. Da ist das Lange I und dann zwei D und Stunde H, da hat's nichts. Aber das Gras und Klarschreiben, da ist der Zeit ja nicht recht. Ja, was? Da hab ich auch erst Nachhilfe und Unterricht kriegen über die Sachen, gell? Gell? Und zwar hat mir der Bürgermeister da auch einen Klärung geholfen. Das würde ich bei meinem Buben auch machen. Ich stell dir vor, was? Nehmen wir ihn an. Sag mal, ich sag zu ihm, alles was du angreifen kannst, was du Klarschreiben, alles ist ihm nicht klar. Da ist es nicht blöd. Sag mal, ansatz, die Katze sitzt hinterm Ofen. Die, schreibst klaren, Katze, kannst angreifen, wenn sie die nicht klotzt, weißt du nicht. Katze sitzt, Klarschreiben, kannst nicht angreifen. Hinterm, kannst angreifen. Sag mal, groß. Bei der Ofen ist es so eine Geschichte, weil die, wenn man einkotzt ist, schreib in lieber Kran. Das hat schon alles. Ja. Na ja, als Karser hat er Bier gemacht und muss das nicht. Was anderes, Karl, vor allem der Staufte blöd ist ja ganz schwarz an, das Weinwerkstaben ist ja verlangtschuld. Ja, den Kratzer Begren ist zu eingemordet, er ist gestorben. Ja, gell? So gut, Leute, groß hat es ihn gehabt? Ich hab's nicht früher wegen der Wandzimmer und der Schlafzimmer. Du verstehst mich nicht recht, was ihr gefällt hat, meine ich. Ja, gefällt hat ihr Stereoanlag, Liederrecker, etc. Also hat er eben wegen was gestorben ist? Ja, gestorben, ja. Wegen der Erde versuchten. Was für Erde versuchten? Hat er sich etwa verschlägt und das? Nein, bei dir großen Schlung kannst du dich nicht aufhören. Ja, erbepfelt für den Hund von Köhler. Ich sage dir, die wird stehen, als es die Kars spült. Natürlich schmeißt es zu, als es in der Stungseil. Und schält natürlich voraus. Als Käfer ist mir zwei, drei Mal auf den Tag. Dann war es vor, was kannst du machen? Das ist aber ein Jammer. Ja, was haben sie denn gemacht? Ja, was haben wir denn gemacht? Ein Huderzug. Ich danke der Feuerwehr für den besonders schönen Auftritt auch. Und da ein Prost, der Feuerwehrwehr. Und da ein Prost. Ich möchte hingekennen. Ja, danke. Weihnachten. Ja, das war also die Feuerwehr Rohrbach mit ihrem Sketch. Ich habe gesagt, nur die Holbe, und ich glaube, dass sie sechs Leute haben. Ich weiß nicht, wie es ein Rundbein ist, aber bei uns ist es so. Das muss ich euch noch erzählen.